mein leiter und willkommen zurück zu durch die kühle durch noch so so äh quasi äh 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 bist du da jetzt wirklich irgendwie nein danke ja ich wollte eigentlich schön cool da vorbeifahren ja ja ist das schon mal vorne ja dieser umfreak bisschen boah nee nicht schon wieder wo war der denn oh no was ist hier los aha Mutter ist alle the ha 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 Wir müssen mal rein, ne? Hast du da jetzt ein Fenster aufgeschickt? Ja. Ich dachte, vielleicht passiert was. Also einer steht da drin. Das ist aber nur einer. Ich mit Martinez. Musst du den anquartieren? Du hast allein deine Klave ausgeschaltet. Wir könnten deine Fähigkeiten gebrauchen. Achso, das ist der Mörder. Wer ist der Mörder? Also ich kann den aufnehmen. Ich kann den der Stadt verweisen. Dann kann ich sagen, er soll die Armbrust liegen lassen und abhauen. Oder wir können ihn töten. Äh, er ist ein Mörder? Hm. Wer hat denn die Pipi umgebracht im Lagerhaus? Wo wir gerade waren. Der wäre, denke ich mal, auch gut nicht gut für unsere Gemeinschaft machen. Ne, ihn aufnehmen auf jeden Fall nicht. Dann Armbrust liegen lassen und dass er verschwinden soll. Ja, aber dann wird er ja noch mehr töten. Das ist ja halt die Frage. Ich meine, wir sind ja in einer kannibalistischen Zombie-Apokalypse. Okay, jetzt werde ich definitiv... Hast du jetzt töten? Ne, oder? Du wolltest ihn doch essen. Ne, die Frage wäre jetzt hier, wenn... Ob du ihn jetzt verweist... ...dass er, äh... ...dann trotzdem... ...getaggt. Achso, genau. Ja gut, er wäre natürlich wahrscheinlich... ...äh... ...trotzdem gestorben, ne? Wenn er jetzt die Armbrust weggelegt hätte. Ui, das war's jetzt? Nicht mehr zum Looten hier? Ne. Ist doch eine Frechheit. Und das war's hier? Das war's. Okay. Das ist ja interessant. 8 Stunden haben wir ja schon leer gelootet. Das ist ja schwarzer Gebäude. Achso. Ich dachte, es kommt jetzt ein epischer Kampf. Wissste? Achso. Ich kann ja gleich mal, ähm... Ich hab mega die Mini ausgewählt. Ich wollt grad aussteigen. Pass auf, da kommt grad bei dir an. Ach, soll ich in Probe? Nice. Das ist ja schön. Hat er mir jetzt schon was gesagt? Ja, okay. Das ist da oben. Neue People, die wir noch brauchen. Okay. Damit wir in die Basis wechseln können. Zack. Wo oben denn? Weiter noch neu, weiter im Norden. Die Frage wär ja auch mal, ob wir hier noch die Seuchenherzen im Norden schon mal wegmachen. Das kann man doch nachmachen. Dass wir da ein bisschen mehr Freiheit haben. Ich glaub, da war das Finale vom Spiel... Ah, ne, doch nicht. Das ist hier. Alles klar. Was denn Finale? Naja, das war na... Man musste quasi aus dem Gebiet fliehen und dafür eine Mauer zerstören mit C4 oder so. Okay. Um dann ein anderes Gebiet zu infizieren. Ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Ist das hier ein Auto, das man nehmen kann? Alter, sie haut jedes Mal zu, dass ich ihn nicht kennen kann. Siehst du das? Ich hab gerade zu tun. Jetzt hab ich sie aus, weil sie angequatscht. So. Das hier kann man... Den Jeep hier kann man reparieren, ne? Steuner und besser. Ja. Und, meinst du das so besonders? Auf jeden Fall ist hier Munition drin. Naja, aber guck doch mal von der Panzerung her. Wir können auch unsere Autos theoretisch... upgraden. Aber trotzdem sieht der ganz nice aus. Wo läufst denn du hin? In das Lagerhaus. Ich loote jetzt noch gar nicht. Ich hab die Pipel aufgenommen oder die Ena. Die Frage ist ja, ob ich wirklich richtig laufe. Oh. Stinky. Da vorne liegt noch eine Seuchenprobe, aber ich kann nichts aufnehmen. Da unten kommt noch eine Herde drin, ne? Und wenn ich mit dem jetzt noch... ...dass die... Ist das hier nicht gleich in der Ecke? Weil dann haben wir doch keine Unterstützung. Ich hab ja sowieso eine dabei. Und die anderen sind schon auf dem Weg. Oh, was? Weißt du? Ich seh aber deinen Punkt nicht. Du bist woanders. Ich bin hinter dir. Ja, ich bin weit hinter dir. Ja. Und wo... Achso, die rennen zu uns. Ich bin hinter denen hinterherlaufen, Loll. Hier vorne liegt noch eine Seuchenprobe. Weil dann hätten wir hier unten gleich das Seuchenherz machen können, weißt du? Auf was ballert sie denn? Ja, unten auf der Straße sind laut da. Was ist das denn hier? Viel Icke auf der Scheiß. Ja, durch diese Seuchen. Ja, ja, gut, ja. Ich glaub, oben auf dem Berg ist, ne? Okay, ich baller gleich drauf. Auf dem Berg oder im Berg ist was. Oh, hinter dir kommt schon ein Fleck, ne? Bist du infiziert? Ja, aber egal. Ich hab ne Probe sonst mit. Ich auch. Hast du schon kaputt gemacht? Ja, na klar. Ne, ernsthaft? Ja, ja. Du hast gleich komplett durchgeballert. Na, einmal, da musste ich wechseln. Dann wurde ich angegriffen und da hab ich nochmal raufgeballert. Achso, ich bin hier voll. Ich kann das nicht. Ich pack dir mal noch ein Rucksack gleich hin. Oder hast du? Ne, hast du nicht. Wir sollten mal das Auto holen. Das Teppich, oder was ist das? Das Teppich. Aber ich glaub, wär ganz krug, das Auto hierherzuholen, ne? Sagtest du ihm? Wir sollten vielleicht das Auto hierherholen. Jaja, wär vielleicht ne Idee, das auch. Ah, hier ist noch so ein Jeep, oder? Kann man denn da? Der sieht sogar noch besser aus. Hä, welchen Jeep denn jetzt? Da unten. Aber ich glaub, den kann man nicht nehmen. Aber hier, den weißen Jeep, der sieht schon ganz nice aus. Würde ich mein Auto sogar für wechseln? Wie geht's aus? Wie kommt es an, wie der Kofferraumplatz wäre? Äh, gleicher Platz. Wieso kann ich den nicht greifen? Ey, da ist ja nervig. Das ist ja gleicher Platz. Das ist ja im Militären. Das ist ja ein Militärauto hier. Warte, ich muss da noch umpacken. Achso, du fährst bloß schon mal hin. Ja, ja, mach mal. Aber ich kann hier auch gleich die Autos noch kurz überprüfen. So, jetzt muss der hier noch. Ach, das reicht mit einem Toolkit nicht? Nee, braucht der noch, wa? Ich brauche noch ein Toolkit. Hast du noch eins? Nein. Wie, nein? Ich habe dir doch meins gegeben. Wo soll ich jetzt auf einmal eins herzaubern? Ja, aus dem Kofferraum. Das ist ganz drin. Ernsthaft nicht? Nein. Vor allen Dingen, ich kann ja jetzt nicht mal zurückfahren, weißt du? Voll. Ich habe die Bremse. Das habe ich gesehen. Ich habe voll die Bremse. Obst du da bringst du die mit nicht um, ey? Was sind denn hier jetzt schon wieder so viele? Ich habe hier noch einen Mod, glaube ich, schon wieder. Ich bin jetzt instant, also ich bin komplett voll. So, na mein Rucks, äh, mein Kofferraum ist noch ein bisschen Platz, aber ich muss nochmal zu dem anderen Auto, da habe ich Zeug reingeschmissen. Ich bin sofort wieder da. Ich bin sofort wieder da. Ich bin sofort wieder da. Ah, Instrukte. So, der war da einfach in einem Busch versteckt, der Kreischer. Ist ja interessant. Oh, warum steht jetzt neben mir so ein Hulk? Weiß ich nicht. Der steht da einfach hinter mir auf der Straße jetzt. Da block ich ihn mal weg. Ne, ich fahre jetzt einfach hier schnell weg. Oh, das ist ja noch eine Seuchenprobe. Hier liegt auch noch eine. Ne, das ist ja die, die ich meine. So, also ich bin ready. You are ready? Wir haben ja auch nichts mehr, was noch mit dem Lenden ist. Ne. 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 Ja, ich werde ja wieder zurückgespawnen zu dir. Also müssen ja beide dann wieder hierherfahren. Was so? Dann machen wir das in der nächsten Folge. Das wäre nett. Oh, zu der Elend. Nicht ob es richtig. Ne, ich doch. Bist du richtig? Ach, scheiße. Das letzte Mal. Das sah aber lustig aus. Ja, das wüsste. Das sah aber hier. Oh, was machst du gerade aus? knack 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 die frage ist ja ob du hier das hier nehmen willst dann ich weiß nicht was das hier ist das auto hier guck mal rein ob du diesen waffen oder was das eventuell brauchst kann ich gleich material kann ich rein schmeißen ja wir haben auch noch ein auto voll da mit so rucksäcken zack zack so ups falsche dings und der eine bolzen noch bitte geh doch mal hier aus dem weg angelika mensch was ist denn los mit der angelika und dann tausche ich noch den gerg der auch noch ich bin infiziert ach so aber bringt das dann überhaupt was musst du nicht so eine ampulle nehmen ich kann dir im krankenlager heilen lassen dann ach so du hast ja so ein komfort ich habe kaum viel ich möchte mal eine probe nehmen das ist ja echt nicht nett spitzel bedanke mich bis zum nächsten mal tschüss tschüss